. Nach Eheschlammschlacht, Mel B. ist offiziell geschieden. Endlich vorbei! Monatelang lieferten sich Sängerin Mel B. . einen erbitterten Scheidungskampf. Jetzt haben die fiesen Streitigkeiten wegen häuslicher Gewalt, Drogenmissbrauch und Ehebruch zumindest ein bürokratisches Ende, Mel und sind offiziell geschieden. Wie die US-Website TMZ berichtet, ist die Scheidung des Ex-Speisegirls seit Freitag rechtskräftig. Wird jedoch auch in Zukunft von seiner Verflossenen profitieren, der Filmproduzent soll die kommenden drei Jahre angeblich pro Monat knapp 15.000 US-Dollar von kassieren als Unterhaltszahlung für die gemeinsame Tochter. . . Für ging das finale Ehe aus sogar unter die Haut, pünktlich zur Scheidung ließ sie sich ihr Liebestattoo-Weg operieren. Stephen, bis dass der Tod uns scheidet, gehört mein Herz dir, hatte noch bis Freitag auf dem Brustkorb der Musikerin geprankt. . Ihre Erinnerungen an die skandalöse Beziehung bleiben sicher auch ohne den Schriftzug. . 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